Wir haben jetzt hier die DJI Mini 4 Pro und zwar in der Fly More Combo. Und wir machen jetzt ein nettes kleines Unboxing hier. Dazu brauche ich ein kleines Messerchen. Dann schneiden wir das mal auf. Und das ist natürlich nicht ohne Grund, dass das jetzt kommt, das Video. Weil wir haben ja bald Weihnachten. Und das ist zum Beispiel für jeden YouTuber, der gerne Radvideos macht, ein nettes Geschenk zu Weihnachten, wenn man das ausgeben möchte. Denn die sind nicht ganz günstig, dieses Ding. Und was ist drin in dem Paket? In dem Paket ist drin die altbekannte Tasche, die man auch schon in der DJI Mini 3 hatte. Wir öffnen hier und holen dann raus einmal die RC2 Fernsteuerung. Ein Ladegerät mit Akkus. Die eigentliche Drohne. Und dann ist hier oben noch irgendwo was drin. Da muss dann sämtlich Zubehör sein. Genau. Hier haben wir noch Ersatzpropeller. jede Menge. Eine Beschreibung. Kabels, Schraubendreher. Und noch ein Netzkabel. Ja und das war es dann. Was als erstes direkt auffällt, diesmal sind sogar Propellerhalter dabei. Und diese hier, die musste man bisher separat kaufen bei der Mini 3 Pro. Die Sensoren liegen auch etwas anders an. Und der Gimbalschutz, das ist hier drunter das Gimbal, ist auch anders. Genauso wie die Anordnung der Sensoren. Aber das ist ja auch normal, weil die hier jetzt omnidirektional, also nicht nur nach vorne, nach hinten, nach unten. Nein, nein, auch nach oben. Und seitlich Sensoren hat, die das ganze Feld umschließen, sodass man also auch seitlich fliegen kann und sich vor allen Dingen eben verfolgen lassen kann von der Drohne. Die neue Fernbedienung, die RC2. Ja, so schaut sie aus mit den Antennen jetzt. Dadurch hat sie eine größere Reichweite. Die kann man auch wegklappen. Ja, ansonsten hat sich dann nicht viel verändert, außer der Reichweite. Hier auch zwei Gimbal-Rädchen wieder. Zwei Rädchen um einmal den Zoom und die Neigung der Kamera war das, glaube ich. Foto, Film, ja. Ansonsten Same Procedure than last year too. Das Ladegerät haben wir hier. Zwei Akkus noch dabei. Insgesamt drei Akkus. Fast anderthalb Stunden kann man dann damit fliegen. Fliegen. Guten Morgen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die DJI 4, wo ihr das Unboxing schon gesehen habt. Die werden wir das erste Mal steigen lassen. Ja, viel Spaß dabei. Und das Beste kommt zum Schluss. Und so weiter. Und wo ihr mich jetzt drüber hört, ist mein neues Funksystem. Von Comica. Ja, wie es genau heißt. Ich verlinke euch das einfach unten in der Beschreibung. Da ist das. Diese Link-Gleitschaltung. Hier auf dem KTM. Die schaltet so dermaßen butterreich. Das ist der Hammer. Die sind die. Das ist der Hammer. Da ist das. Und da ist das. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Naja, lange Rede gar kein Sinn Die Firma Fahrrad XXL war dann so freundlich und hat mir tatsächlich dann doch noch etwas Geld zukommen lassen als Entschädigung Danke dafür Und ein schönes Weihnachtsfest Das ist mittlerweile auch angekommen Anscheinend dauert alles bei euch ein wenig länger Okay Das dazu also Die Gabel ist getauscht Fahrrad habe ich wieder Entschädigung habe ich auch bekommen Insofern Alles gut So, jetzt schwinge ich mich auf den Esel wieder drauf Und dann geht es Richtung Heimat Und dann geht es Richtung Heimat Bis zum nächsten Mal Und auch dieser Radweg, in einem lausigen Zustand, traurig, traurig. So sollte es immer sein, dass die Autofahrer gleich Rücksicht nehmen. Ja, ihr könnt sogar mit dem Kärmaschinen durchfahren. Hier könnt ihr immer froh sein, dass es kein Geruchsfernsehen gibt. Landluft, herrlich. Aber muss auch sein, sonst gibt es keine Schnitzel, sonst gibt es keine Höhe-Eier am Morgen. Auch kein Filistik zu Weihnachten. Deswegen ist es okay mit der Landluft. Das tut so gut. Vor allem, wenn man acht Wochen komplett außer Gefecht war. Radfahrttechnisch, zwei Monate fast. Stattdorf, imiaoitzenden geht's! Tpft, Rvd, rvd, rvd… Bit, Rvd, rvd. Okay, liebe YouTuber, das war's für heute, lasst euch inspirieren und tschüss, euer Didi, bis zum nächsten Mal, achja, Abo, Like, kommentieren nicht vergessen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.